Hey, mein Name ist Tim Timsen und ich darf euch recht herzlich zu dieser Postulatsammlung mit dem Namen J jenseits der reellen Achse begrüßen. Insgesamt möchte ich euch fünf Annahmen vorstellen, welche sich zum einen mit dem Thema Nahtoderfahrung und dem Übergang ins Jenseits beschäftigen. Des Weiteren möchte ich euch meine Überlegung zu Wechselwirkungen zwischen infraroter bzw. ultravioletter Strahlung und den sogenannten Geistern vorstellen und auch eine Idee erläutern, wie es zu den bekannten EMF und auch Temperaturveränderungen, welche man jenseitigen Energien zuspricht, kommen könnte. Das Ganze wird euch wie auch beim letzten Mal von Podcast-Autor und Sprecher Thomas Speck vorgelesen. Hört es euch an, denkt drüber nach und vielleicht könnt ihr meine Gedanken nachvollziehen. Viel Spaß! Die Grundidee entstand bei einer Ausarbeitung zum Thema Sterbebettphänomene und Nahtoderfahrungen. Als Referenz oder Bezug dienen mehrere Interviews mit dem britischen Neuropsychiater Dr. Peter Fenwick, welcher unter anderem das auch mittlerweile in deutscher Sprache erhältliche Buch »Die Kunst des Sterbens« geschrieben hat. Das Thema sollte eigentlich in einem Podcast behandelt werden und wurde mir von einer Bekannten vorgestellt. Eigentlich wollte sie dazu keine Ausarbeitung machen, aber ich konnte sie am Ende doch davon überzeugen, es zu tun, da dieses Thema sehr spannend und elementar ist. Es befasst sich mit dem kurzen Abschnitt, bevor man in die jenseitige Welt übergeht, beziehungsweise auch mit dem Übergang dorthin. Die allermeisten paranormalen Forschungen beginnen erst ab hier und um das ein oder andere besser verstehen zu können, sollte man sich auch mit dem Übergang selbst beschäftigen. Da meine Bekannte mit mir das Thema ausarbeiten wollte und ich so dazugekommen bin, diese Postulate auszuarbeiten, habe ich jene nach ihr benannt. In den besagten Interviews berichtet Dr. Peter Fenwick über seine Forschungen im Bereich des Sterbens. Es konnten neben typischen Nahtoderfahrungen auch kulturell spezifische Unterschiede festgestellt werden, wo man beispielsweise durch den typischen Tunnel Richtung Licht gegangen ist oder alternativ eher im asiatischen Raum einen schwarzen Fluss überqueren musste. Des Weiteren wird detailliert beschrieben, wie sich der Tod ankündigt und sich so bis zu zwei Jahre vor der Diagnose durch bestimmte Vorahnungen wie Träume oder Verhaltensänderungen erahnen lässt, dass man sterben wird. Es treten im weiteren Verlauf immer wieder bestimmte Muster auf, sodass zum Beispiel die sterbende Person anfängt, vermeintliche Selbstgespräche zu führen oder bereits verstorbene Personen wie auch geistige Wesen zu sehen, die sich tröstend an die Bettkante setzen oder einen durch das Fenster beobachten. Verstorbene Haustiere hingegen, so Dr. Peter Fenwick, tauchten eher nicht auf. Langsam, aber sicher rückt so der Tod immer näher. Am Ende erlangt man die Erkenntnis, dass man sterben wird. Sehr oft wird in dieser Phase vom sogenannten letzten Aufbäumen gesprochen, bei denen die sterbenden Personen kurzzeitig eine geistige Klarheit erlangen. Man konnte beobachten, dass bettlägerige Menschen sich noch ein letztes Mal aufrecht hingesetzt haben, um Abschied zu nehmen oder sogar Alzheimer-Patienten bedingt Erinnerungen zurückerlangt haben. Nach außen wirkt es so, als wenn die Personen wieder gesund werden, doch es gehört zum Sterben Meine ersten Gedanken zu den Sterbebett-Phänomenen als rational denkender Mensch gingen in Richtung Halluzination bedingt durch zum Beispiel einen extremen Wasserverlust, da oftmals ältere beziehungsweise sterbende Personen kaum oder nur sehr wenig Flüssigkeit zu sich nehmen oder es zu einer Vergiftung kommt, da Organe aufhören, ordnungsgemäß zu arbeiten. Der Herzschlag sinkt, die Durchblutung verringert sich, die Körpertemperatur sinkt und am Ende sterben die Hirnzellen ab. Auf den ersten Blick lassen sich so vielleicht manche Ereignisse erklären, doch wie Dr. Peter Fenwick sagt, sehen nur jene betroffenen Personen selbst die Halluzination. Da allerdings nachweislich auch die nächsten Angehörigen diese Visionen wahrgenommen haben, lässt sich eine Halluzination ausschließen. Beim Übergang vom irdischen in den transzendenten Zustand wurden auch von unabhängigen Personen die bekannten Schatten, Licht oder auch Rauchgestalten beobachtet, welche den Körper zu verlassen schienen. Da es hier also sehr viele dokumentierte Fälle gibt, bei denen diese Phänomene nicht ausschließlich von Sterbenden wahrgenommen wurden, scheint es tatsächlich so zu sein, dass es sich dabei um den Sterbeprozess selbst bzw. den visuell wahrgenommenen Übergang ins Jenseits handelt. Die hier folgenden und erläuterten Postulate mit dem Namen Treibholz I und II befassen sich mit genau diesem Übergang vom irdischen Leben bis zum Erlangen eines transzendenten, der menschlichen Vorstellungskraft übersteigenden Zustandes. Ausschlaggebend waren die Aussagen von Dr. Peter Fenwick, dass die sterbende Person loslassen muss, um eine leichte Transformation durchzumachen. Schaffen es Sterbende auf dem Sterbebett nicht, ihre letzten Wünsche oder Sehnsüchte zu erfüllen, fällt es ihnen umso schwerer, sich von unserer Welt zu verabschieden. Das lässt sich nachweislich den Verstorbenen ansehen. Wie sich der Geist vom physischen Träger, also dem Körper, lösen kann oder wie eine Nahtoderfahrung zustande kommen könnte, bezogen auf einen Körper-Geist-Dualismus und warum man an manchen Orten häufiger verstorbene Seelen antrifft, soll hier in den Postulaten veranschaulicht werden. In dieser ersten, per Definition unbewiesenen, aber grundlegenden Annahme werde ich versuchen zu erklären, warum der Körper mit dem Geist verbunden ist, wie es zu einer Trennung kommen kann und was die Folgen, die Nahtoderfahrungen, sind. Dr. Peter Fenwick beschreibt das Ableben so, dass es eine irdische Kraft gibt, die uns hier unter den Lebenden hält. Die Gegenkraft ist eine größere Jenseitskraft, die dann zunimmt, wenn wir sterben. Meiner Meinung nach könnte es auch sein, dass die Kräfte grundsätzlich im Einklang sind und nur die irdische Kraft irgendwann abschwächt oder es lebensereignisbezogene Schwankungen gibt, welche nicht immer nur von uns ausgeht und keinen psychosomatischen Ursprung hat. An dieser Stelle setzt die Überlegung ein. Bei einer lebenden Person, die im Einklang mit Körper, Geist und Seele lebt, befinden sich die irdischen und die jenseitigen Kräfte im Einklang. Man lebt also in seiner Mitte. Physikalisch betrachtet greift hier das dritte Newton'sche Gesetz. Dieses Wechselwirkungsprinzip besagt, dass wenn eine Kraft auf einen Körper wirkt, es immer eine gleich große Kraft geben muss, die entgegengesetzt ist. Bevor ich das Postulat weiter behandle, soll an dieser Stelle erwähnt sein, dass es mir höchstwahrscheinlich nicht möglich sein wird, eine physikalisch korrekte Erklärung herzuleiten. Vielmehr soll mein Beitrag dabei helfen, es sich besser vorstellen zu können. Genau wie beim dritten Newton'schen Gesetz ist die Kraft aus dem Jenseits die, welche den Menschen aus dieser Welt entfernen möchte, genauso groß wie die Kraft, die uns ins irdische Leben zieht. Beim Tragen einer Tasche benötigt man Muskelkraft, die nach oben wirkt, und die Gewichtskraft zieht die Tasche nach unten. Was passiert, wenn es hier ein Ungleichgewicht gibt? Für diesen Fall betrachte ich das Borghe-Atommodell. Hierbei handelt es sich um ein im Jahre 1913 entwickeltes Modell dazu, wie sich Elektronen um einen Atomkern bewegen. Der Atomkern besteht aus Neutronen und Protonen. Ringsherum befinden sich die sogenannten Schalen oder Kreisbahnen, auf welchen sich die Elektronen um den Kern bewegen. Das Ganze ähnelt etwa dem Aufbau unseres Sonnensystems. Diese Kreisbahnen haben einen bestimmten, diskreten bzw. festen Abstand zum Atomkern. Befindet sich ein Elektron auf einer dieser Kreisbahnen, kann es sich problemlos dort bewegen, ohne vom Kern angezogen zu werden bzw. ohne mit ihm zu verschmelzen. Jede Schale besitzt auch ein eigenes Energieniveau, was so viel bedeutet, dass es theoretisch den Elektronen möglich wäre, die Kreisbahn zu wechseln, dafür allerdings eine äußere Energie nötig wäre, zum Beispiel Stoßanregung durch ein äußeres Elektron, welche dann beim direkten Beschuss ein Elektron auf ein höheres Energieniveau bringen kann. Dabei gibt das äußere Elektron die benötigte Energie an das Elektron auf der Kreisbahn ab. Die Energie wird absorbiert und bewegt sich mit der restlichen kinetischen Energie, sofern noch vorhanden, weiter. Da es nur feste Kreisbahnen und somit feste Energiestufen gibt, muss die Energie des einzelnen, externen Elektrons ausreichen, um das Kreisbahnelektron energetisch anzuregen. Reicht die Energie nicht, passiert nichts. Es findet grundsätzlich eine Umwandlung gemäß des ersten Hauptsatzes der Thermodynamik statt, Energieerhaltungssatz. Das beschriebene Phänomen der Elektronenanregung findet man sehr häufig und im Alltag vor. Ein Anwendungsbereich stellt zum Beispiel ein selbstleuchtendes Notausgangsschild dar, bei dem das hochenergetische UV-Licht der Sonne dafür sorgt, dass die Moleküle im Material angeregt werden. Wird ein Elektron angeregt, bleibt es nicht dauerhaft in diesem höheren Energiezustand. Bei Dunkelheit findet ein Ausgleich statt und das Elektron geht nach sehr kurzer Zeit zurück auf die vorherige Kreisbahn. Dabei wird die zuvor aufgenommene Energie frei und ein Lichtteilchen, Photon, wird emittiert. Man spricht hierbei von Phosphoreszenz. Diese energetische Anregung bzw. die Verschiebung aus dem Mittelpunkt findet nach meiner Auffassung auch bei den bekannten Nahtoderfahrungen statt, bei denen man zum Beispiel durch einen Herzstillstand seinen Körper verlässt und sich plötzlich von außerhalb betrachten kann. Da in zahlreichen Schilderungen von genau diesem Typ Nahtoderfahrung berichtet wird, eignet er sich, stellvertretend für alle anderen Arten, sehr gut. Eine Nahtoderfahrung kann sich aber nicht nur im Rahmen eines Sterbeprozesses ergeben, sondern auch im Falle einer schweren Erkrankung, einer signifikanten Veränderung des Blutdrucks oder während einer Geburt. Es ist also möglich, durch das Erlangen eines bestimmten geistigen Zustandes, zum Beispiel durch Trance, Hypnose, Herzstillstand, die irdische Anziehungskraft zu schwächen, um so seinen Geist in den nötigen, höheren energetischen Zustand zu bringen. Lässt also die Kraft nach innen nach, bewegt man sich weg von seinem physischen Ich. Je nach Situation oder Vorkommnis ist dies nach oben hin begrenzt, bis hin zum kompletten Verlust der irdischen Gegenkraft. Tod. Es ist also nicht möglich, zu Lebzeiten seinen Körper zu verlassen, um einen beliebig weit entfernten Ort aufzusuchen. Wird der Abstand zum Körper zu groß, ist das Resultat, dass die Verbindung getrennt wird und wir sterben. In der Physik kennt man dieses Verhalten vom äußeren photoelektrischen Effekt. Hierbei werden Elektronen in einem Material mit hochenergiereichem Licht beschossen. Ist die Energie eines einzelnen Photons groß genug, so ist es möglich, ein Elektron aus dem Material, zum Beispiel einer Zinkplatte, herauszulösen. Bezogen auf meine Überlegung ist das der Moment, wenn der maximale Abstand zwischen Körper und Geist überschritten wurde. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Anschaulich kann man es mit dem Licht am Ende des Tunnels vergleichen. Befinden wir uns noch im Tunnel, ist es möglich, uns durch beispielsweise Reanimation zurückzuholen. Erreichen wir das Licht, ist die irdische Kraft zu gering oder gar erloschen. Ich nehme derzeit an, dass die jenseitige Kraft als eine Art Naturkonstante anzusehen ist und somit größtenteils gleich stark auf uns alle wirkt. Größere Variationen treten lediglich bei der irdischen Kraft auf. Da es sonst zu Komplikationen während des Sterbeprozesses kommen kann, ist es erforderlich, dass eine der beiden Kräfte annähernd konstant ist. Um die Welt aus unseren eigenen Augen sehen zu können, muss sich also das System und die Kräfte im Einklang befinden. Unser Geist löst sich dann, wenn die irdische Kraft kleiner wird. Dadurch kommt es zu den beschriebenen Phänomenen. Das Schwinden der irdischen Anziehungskraft kann bereits und, wie oben erwähnt, bis zu zwei Jahre vor dem Eintreten des Todes beginnen. Aber nicht nur der Beginn des Sterbens kann dazu führen, dass es zu einem Kräfteunterschied kommt. Unbewusst nimmt höchstwahrscheinlich jeder diese Schwankungen tagtäglich wahr. Alltagsprobleme können schon dazu führen, einen aus seiner Mitte zu bringen. Hier sind normale Faktoren wie zum Beispiel Ärger auf der Arbeit oder ein unscheinbarer Glücksmoment ausreichend, um eine der ersten Energiebarrieren zu überwinden. Wie Dr. Peter Fenwick ebenfalls berichtete, ist es Sterbenden auch möglich, weit entfernt Lebende, nahe Verwandte aufzusuchen, um jene ein letztes Mal sehen zu können bzw. sie davon in Kenntnis zu setzen, dass man stirbt. Dieses Phänomen stellt den höchsten transzendenten Zustand dar, welchen man als Lebender erleben kann, allerdings können diese Wanderungen erst kurz vor dem Tode zustande kommen. Der nächsthöhere Zustand wäre, meiner Meinung nach, nämlich der Tod, bedingt durch die vollkommene und irreversible Abtrennung von Geist und Körper. Diese komplett gelöste Energie wird, wie oben bereits erwähnt, oft in Form von Rauch, Schatten, einer Spiegelung oder Licht wahrgenommen, welche den Körper zu verlassen scheint. Hier sollte allerdings noch eine zusätzliche Ergänzung gemacht werden. Dr. Peter Fenwick sprach, wie bereits erwähnt, davon, dass der Mensch leicht oder schwer sterben kann. Durch beispielsweise Ängste soll es zu einer spirituellen Unruhe kommen und die sterbende Person kann nicht vollumfänglich die Verbindung zum irdischen Leben trennen. Die Folgen eines schweren Übergangs werden unter Treibholz 2 beschrieben. Treibholz 2 In dieser Annahme soll anschaulich und aufbauend auf Treibholz 1 geschildert werden, warum man an manchen Orten eine höhere geistige Energie wahrnehmen kann und an anderen weniger bis keine. Betrachten wir den am Ende von Treibholz 1 geschilderten Fall, dass der Mensch schwer bzw. unruhig gestorben ist. Die Person konnte somit nicht loslassen, um den transzendenten Zustand in seiner reinsten Form zu erreichen. Dieser teilweise undefinierte seelische Zustand hat sich wie ein Echo, ein Schatten oder ein Rest von Energie in dieser Welt verankert. Am häufigsten kommt es zu dieser Sonderform bzw. zu einem Restanteil der Seele im Irdischen durch einen unnatürlichen bzw. unvorhersehbaren Tod, bedingt durch einen Unfall oder Mord. Die verstorbene Person konnte nicht mit dem hiesigen Leben abschließen. Allerdings ist die Verbindung zum Leben bereits endgültig getrennt worden bzw. ist die irdische Ansehungskraft erloschen. Diesen Vorgang kann man sich so vorstellen, als wenn plötzlich ein gespanntes Gummiband durchtrennt wird oder besser noch so, als wenn ein Schnellzug mit einer sehr hohen Geschwindigkeit an einem vorbeifährt. Es entsteht eine gefährliche Sogwirkung. Der Unterschied der Verhältnisse und der neuen Kraftwirkung in Richtung Jenseits ist viel zu plötzlich und hoch, was zur Folge haben kann, dass es dem Geist nicht möglich ist, zu folgen, er aber durch die angesprochene Sogwirkung in diese Richtung gezogen wird. Es dauert also eine Weile, bis der Geist im Jenseits angekommen ist. Auf einen schnell vorbeifahrenden Zug springt man halt nicht mal eben auf. Folgt man allerdings den Gleisen, so findet man auch irgendwann den Zug. Hier schätze ich, dass es so möglich wäre, einen Geist noch bis zu 400 Jahren in unserer Welt anzutreffen und würde gleichzeitig erklären, warum es ortsgebundene Unterschiede gibt, wie hoch die Dichte von sogenannten Geistformen ist. Ich denke aber auch, dass es trotz eines einfachen Übergangs noch eine gewisse Zeit möglich ist, einen Verstorbenen zu kontaktieren, da lediglich die Verbindung zum Körper endgültig getrennt wurde. Sehr häufig wird davon berichtet, dass man Seelen vermehrt an historisch geprägten Orten auffinden kann, zum Beispiel an Kriegsschauplätzen. Die reisenden Seelen versuchen in unserer Welt einen Weg zu finden, sich schneller in den endgültigen, transzendenten Zustand zu begeben. Als gängige Hilfspraxis medial begabter Personen wird hier oft das Ins-Licht-Führen angewandt, was auch als Lichtarbeit bezeichnet wird. Dabei lässt man die Seelen wissen, dass sie beim Überqueren der Brücke nicht in die Hölle gelangen, sondern so ihre Lieben wiedersehen werden. Eine alte Indianer-Legende besagt, dass man auf dieser Brücke allen Tieren, die einem zu Lebzeiten den Weg gekreuzt haben, begegnet und darüber entscheiden, ob man weitergehen darf oder nicht. Allgemein zu Höllen-Erfahrungen äußerte sich Dr. Peter Fenwick so, dass es sich dabei eher um Illusionen oder eine paranoide Persönlichkeitsstörung bedingt durch eine Psychose handelt. Es werden Erlebnisse im Rahmen einer Nahtoderfahrung anders vom Gehirn interpretiert. Dr. Peter Fenwick kennt selbst keine ernstzunehmende Sterbeereignisse, bei denen von der Hölle berichtet wurde. Solange also der Übergang ins Licht nicht komplett abgeschlossen wurde, sind viele Energien, höchstwahrscheinlich am Ort, an dem sie gestorben sind, anzutreffen. Aus diesem Grund kommt es zu den besagten, punktuell erhöhten Ansammlungen. Im Umkehrschluss trifft man auf neueren Friedhöfen eher wenig bis keine Seelen an, da es sich hier hauptsächlich um Verstorbene handelt, welche sich in einem komplett abgeschlossenen Sterbezustand von unserer Welt lösen konnten. Treibholz 3 Vorbericht Vorweg ging ein Gespräch über das Thema Schutz während einer paranormalen Untersuchung und welche Wege es gibt, sich oder eine Umgebung zu reinigen. In Treibholz 3 soll es im Detail darum gehen, wieso sich eine Kerze bzw. das Licht einer handelsüblichen Wachskerze eignet, um eine Reinigung durchzuführen. Licht eine bestimmte oder sogar abstoßende Kraft auf das Paranormale haben kann, wird gut in dem Video EMFs and the Paranormal von YouTuber The Xenohunter beschrieben. Bei Licht handelt es sich um elektromagnetische Wellen im sichtbaren Bereich. Wellenlänge 400 bis 780 Nanometer bzw. als Frequenz 749 bis 384 Terahertz. Wie aus der Physik bekannt ist, können sich Wellen bei einer Überlagerung, Interferenz verstärken, abschwächen oder auch komplett auslöschen. Damit es zu so einem Phänomen kommt, müssen die Wellen kohärent sein, sprich eine feste Phasenbeziehung haben. Bei einer Schwächung bzw. Auslöschung spricht man von einer destruktiven Interferenz. Liegen also zwei kohärente Wellen übereinander, wobei ein Wellenberg über dem Wellental der zweiten Welle liegt, löschen sie sich vollkommen aus. Um diesen Bezug zu erhalten, gibt es in der Physik sogenannte Polarisationsfilter, welche nur eine bestimmte Schwingungsrichtung zulassen. Damit hoher Wahrscheinlichkeit die Dichte des Lichtes bzw. der emittierten Photonen viel höher ist als die einer paranormalen Anomalie, ist somit die Möglichkeit hoch, dass es beim Aufeinandertreffen zu den beschriebenen physikalischen Phänomenen kommt. Dies würde also bedeuten, dass ein sogenannter Geist durchaus lichtscheu sein könnte. Fexino Hunter gibt hierzu auch die passenden Beispiele. Kinder reden sehr oft von Geistern im Kleiderschrank oder welchen unter dem Bett. Diese Orte sind dafür bekannt, eher im Schatten zu liegen. Trifft diese Annahme zu, wären paranormale Untersuchungen tagsüber nicht nur wegen der erhöhten Geräuschkulisse ungeeignet, sondern auch bedingt durch die hohe Anzahl von Lichtphotonen. Geister verstecken sich wie Vampire in der Dunkelheit. Allerdings wird es immer wieder welche geben, die aufgrund ihrer Wellenanordnung, Beschaffenheit oder Art der Fortbewegung nicht stark vom Licht beeinflusst werden. Wesenheiten höherer Ebenen benötigen wahrscheinlich auch eine dementsprechende Gegenenergie. Schon allein die Verwendung einer Taschenlampe bzw. von künstlichem Licht oder elektronischer Geräte könnte dafür Sorge tragen, dass fremde Energieformen sich entfernen, sollte es zu Wechselwirkungen kommen. Hier an dieser Stelle sei erwähnt, dass es im Bereich der sogenannten Ghost Hunter klare Widersprüche gibt, was die elektromagnetischen Felder angeht. Zum einen versucht man seriös zu wirken, indem man vor Ort Stromkreise ausschaltet, Sicherungen, aber auf der anderen Seite nimmt man immer mehr elektronische Geräte wie Laptops mit zu den paranormalen Untersuchungen. Elektromagnetische Felder sind elektromagnetische Felder und entweder stören sie alle oder nicht. Eine meiner früheren Annahmen war bereits, dass sich Geister durch ein starkes, fremdes Magnetfeld abschrecken, vertreiben oder wie man es aus dem Film Ghostbusters kennt, Verbannungscontainer oder Geisterfalle, einfangen lassen. So könnte es also sinnvoll sein, zum Eigenschutz oder für daheim einen oder mehrere starke Neodym-Magnete zu haben. Bei einer Diskussion über den Schutz wurde auch die Kerze bzw. die Flamme der Kerze genannt, welche zur Reinigung verwendet wird. Inhaltlich soll dies in Treibholz 3 thematisiert wie auch verglichen werden, ob es eine Auffälligkeit bzw. Besonderheit gegenüber anderen Lichtquellen gibt. Somit können Rückschlüsse auf die Wellenlänge der Geister gezogen werden und welche Sensoren oder Geräte sich eignen könnten, um eine paranormale Gestalt aufzuspüren. Treibholz 3 Die allererste Annahme war, dass die Kerze zur Reinigung historisch bedingt eingesetzt wird. Früher, vor der Zeit des elektrischen Lichtes, also vor ca. 150 Jahren, behalf man sich mit Kerzen, da man unter Umständen nichts anderes hatte. Die Wachskerze gibt es allerdings schon seit dem 2. Jahrhundert. Betrachtet man die Kerze als Quelle elektromagnetischer Wellen, könnte es eher an den hochkomplexen Vorgängen liegen, die während der Verbrennung stattfinden. Um zu Beginn qualitativ herauszufinden, was eine Kerze von anderen Lichtquellen unterscheidet, betrachten wir als erstes den spektralen Aufbau und vergleichen diesen mit anderen Lichtquellen wie einer Glühlampe, einer Leuchtstoffröhre oder einer modernen LED-Beleuchtung. Die Flamme einer Kerze weist unterschiedliche Farben, Blau, Gelb und Orange, und unterschiedliche Temperaturen, ca. 873 bis 1673 Kelvin, auf. Das blaue Licht in Dochtnähe entsteht beispielsweise durch das Zurückfallen von energetisch angeregten Elektronen in ihren Grundzustand, wodurch Photonen ausgestoßen werden, welche eine Wellenlänge im bläulichen Bereich haben. Die eigentliche gelbe Lichtfarbe der Flamme entsteht durch Grafitpartikel, die durch die hohen Temperaturen anfangen zu blühen. Grundsätzlich kann man hier festhalten, dass das Maximum des sichtbaren Lichts im gelben und roten Bereich liegt. Betrachtet man hier das Planck'sche Strahlenspektrum, ergibt sich ein Intensitätsmaximum von rund 2000 Nanometer, also im Infrarotbereich. Allgemein spricht man bei Infraroter-IR-Strahlung auch von Wärmestrahlung. Zwar weist der IR-Anteil im Licht, 780 bis 1400 Nanometer, im Vergleich zur UV-Strahlung eine deutlich geringere Energie auf, jedoch kann diese Strahlung die Körpertemperatur erhöhen, Folge Hitzschlag, bis hin zur Schädigung der Netzhaut, da unser Auge die IRA-Strahlung nicht absorbieren kann. Das für unser Auge sichtbare Licht, elektromagnetische Wellen im sichtbaren Bereich, begrenzt sich auf die Wellenlänge zwischen ca. 400 Nanometer und 780 Nanometer. Im unteren Bereich, also kleiner 400 Nanometer, befindet sich das hochenergetische blaue bzw. ultraviolette Licht und im oberen Bereich sehen wir rot bzw. noch weiter oben beginnt der infrarote Bereich. Betrachten wir nun das gleichmäßige Lichtspektrum der Sonne, bezogen auf den sichtbaren Teil bei 5777 Kelvin gemäß Planckschirm-Strahlungsspektrum und vergleichen es grob mit dem Licht einer Kerze. Genauer gesagt das Lichtspektrum und die Intensität, so stellen wir wie erwartet fest, dass wir das Maximum des Kerzenlichtes im infraroten Bereich vorfinden. Als nächstes überprüfen wir das Licht einer handelsüblichen Glühlampe mit Glühdraht. Da wir bei dieser Art Leuchtmittel genau wie bei einer Kerze glühende Russpartikel vorfinden, ähnelt das Lichtspektrum stark dem einer Kerzenflamme. Nun schauen wir uns eine moderne LED-Beleuchtung an. Hier fällt auf, dass sie, wie auch bei Leuchtstofflampen, keinen oder nur einen geringen Infrarot-Anteil aufweisen. Weiter betrachtet fällt ebenfalls auf, dass es kein kontinuierliches Farbspektrum gibt, also keine gleichmäßige Aufteilung der Wellen, sondern je nach Leuchtmittel nur punktuelles Auftreten von Spitzen. Der UV-Bereich hingegen ist deutlich präsenter beziehungsweise bei manchen LED-Beleuchtungen sehr stark vertreten. Leuchtstoffröhren zum Beispiel erzeugen hauptsächlich UV-Licht. Durch einen auf der Innenseite der Röhre aufgebrachten fluoreszierenden Leuchtstoff wird das für uns teilweise unsichtbare UV-Licht in sichtbares Licht umgewandelt. Im äußeren Bereich der Röhre kann man häufig noch sehr gut einen Teil des UV-Lichtes sehen. Bei Glühlampen, wie auch bei Kerzenlicht, sind hier keine nennenswerten Wellenspektren vorhanden. Man kann also den ersten Rückschluss ziehen, dass der rote und auch der infrarote Bereich eine große Rolle beim Detektieren von paranormalen Energien spielt. Da die Sonne durch die Breite der ausgestrahlten Wellenlängen auch im Infrarot-Bereich stark vertreten ist, wären hier ebenfalls gleiche Rückschlüsse zu ziehen, dass genau so ein infrarot-belastetes Licht paranormale Energien abschrecken könnte. Der infrarote Anteil im Sonnenlicht, sichtbar und nicht sichtbar, beträgt übrigens 50%. Diese Gewichtung könnte also unter Umständen bedeuten, dass es sich lohnt, den infraroten Bereich während einer paranormalen Untersuchung zu überwachen. Spezielle Feuer- oder Abstandssensoren, welche beispielsweise in Geräten wie dem Shadow Tracker eingesetzt werden, arbeiten im Bereich von 760 bis 1100 Nanometer. Ein pyroelektrischer bzw. passiver Infrarot-Sensor, PIR-Sensor, arbeitet sogar im Bereich von 2000 bis 16.000 Nanometer. Der, die, ein oder andere aus der paranormalen Hobbyforschung kennt vielleicht auch die sogenannte Vollspektrum-Kamera, was eine speziell modifizierte Foto- oder Videokamera ist, bei dem der Infrarot-Sperrfilter entfernt wurde. Dass der Infrarot-Bereich interessant sein könnte, ist also bekannt. Zusammenfassend halte ich also fest, dass es durchaus vorstellbar ist, dass eine Kerze bzw. das komplexe Kerzenlicht nicht nur historisch bedingt zum Reinigen eingesetzt wird, sondern dass es durchaus nachvollziehbare und physikalische Gründe hierfür gibt. Energien von Verstorbenen scheinen mit infraroten Wellenlängen zu interferieren und werden so unter Umständen sichtbar gemacht. Eine nun abschließende Überlegung betrifft den körpereigenen Schutz, da sich ein erheblicher Teil der von unserem Körper ausgesandten Wärmestrahlung im infraroten Spektralbereich befindet. Weitergedacht könnte man also überlegen, ob sich so Unterschiede feststellen lassen, ob eine Person besser oder schlechter vor sogenannten Geistern geschützt ist. Treibholz 4 Vorbericht In einer anderen Podcast-Episode wollte jemand etwas zu Vampiren vorbereiten und dort vortragen. Das ist nicht mein Thema, aber vor dem geistigen Auge habe ich schon sehr lange eine Zeichnung, die ich einmal gesehen habe, bei der ein Mensch einem Vampir unter dem Schein des Mondes mitgeteilt hat, dass das Mondlicht doch nur das reflektierte Sonnenlicht wäre. Darauf zerfiehlt der Vampir zu Staub, da man ja behauptet, dass Vampire kein direkte Sonnenlicht vertragen. Hier fällt eigentlich schon sofort auf, dass das reflektierte Mondlicht kein direktes Sonnenlicht sein kann. Ich habe diese Situation aber genutzt und mir dazu Gedanken gemacht. Warum zerfallen Vampire unter dem direkten Schein der Sonne zu Staub? In vorherigem Postulat Treibholz 3 beschäftigte ich mich bereits mit dem infraroten Licht und nutze dieses Vorwissen, um mir aus der Annahme, dass Sonne tödlich für Vampire ist, einen Reim zu bilden. Treibholz 4 Wenn man sich die gängigen Vampire anschaut, fällt einem auf, dass die Haut doch sehr auffällig weiß wirkt. Als erstes informierte ich mich darüber, wie es zu dieser weißlichen Haut kommen kann und was die Folgen davon wären. Eine sehr helle Haut, keltischer Typ, sieht man ganz gut bei rothaarigen Personen oder bei Menschen, die unter Albinismus leiden. Sie haben neben der blassen oder weißlichen Haut zusätzlich noch weiße Haare und eine atypische Augenfarbe. Für die Pigmentbildung in unserer Haut, das sogenannte Melanin, sind die pigmentbildenden Melanozyten in der Haut verantwortlich. Sie bestimmen unter anderem die Hautfarbe. Das Melanin hat die Aufgabe, unsere Haut vor der UV-Strahlung und somit vor DNA-Schaden zu schützen. Es hat die Fähigkeit, die Sonnenstrahlung zu fast 100% in harmlose Wärme umzuwandeln. Besitzt man wenig Melanin, so wirkt die Haut weißlich beziehungsweise sehr hell und man hat ein höheres Risiko, einen Sonnenbrand zu bekommen. Trotz des Melanins sollte man seine Haut zusätzlich mit einer Sonnenschutzcreme schützen. Diese halten neben der UV-A-Strahlung, 315 bis 400 Nanometer, auch UV-B-Strahlung, 280 bis 315 Nanometer, größtenteils fern. Die dort verwendeten anorganischen Stoffe reflektieren die UV-Strahlung beziehungsweise die eingesetzten chemischen Stoffe wandeln, wie das Melanin, die UV-Strahlung in Wärme um. Neben der UV-A- und UV-B-Strahlung gibt es noch die deutlich schlimmere UV-C-Strahlung, 100 bis 280 Nanometer. Diese wird allerdings von der Ozonschicht erhöhte Konzentration des Spurengases Ozon in 15 bis 30 Kilometer Höhe abgehalten. Da UV-C-Strahlung sehr aggressiv ist, wird sie auch häufig dafür verwendet, Bakterien und Viren abzutöten, Desinfektion. Hier lässt sich also der Schluss ziehen, dass Vampire offensichtlich durch einen Nährstoffmangel beziehungsweise dem sehr geringen Sauerstoffgehalt im Blut oder eher erblich bedingt ein Melanindefizit haben. Es muss sich dabei aber um einen chronischen Defekt des Erbguts handeln, da Vampire trotz des Bluttrinkens nach wie vor eine weißliche Hautfarbe haben. Dadurch sollen übrigens die Zellen vor dem Degenerieren, dem Zellverfall, geschützt werden, da sie selbst ihr Blut nicht mehr mit Sauerstoff anreichern können. Die Folge des Mangels ist eine hohe Lichtempfindlichkeit. So eine Krankheit gibt es tatsächlich und nennt sich erythropoethische Protoporphyrie, EPP. Diese seltene Erbkrankheit sorgt dafür, dass Betroffene bereits nach wenigen Minuten starke neuropathische Schmerzen der Haut erleiden und es zu sichtbaren Verbrennungen kommt. Man spricht davon, dass es sich dabei um die schlimmsten vorstellbaren Schmerzen überhaupt handeln soll. Während des Stoffwechsels zur Bildung von Hämoglobin lagert sich gendefektbedingt eine organische Verbindung namens Protoporphyrin in den Blutgefäßen ab. Es handelt sich dabei um eine Vorstufe des roten Blutfarbstoffes. Dieses Protoporphyrin nimmt die Energie aus dem sichtbaren Licht auf, wodurch es zu einer chemischen Reaktion kommt, genauer gesagt zu Verbrennungen in den Gefäßen. Nicht nur durch UV-Licht, 315 bis 400 Nanometer, kommt es zu diesen Verbrennungen, sondern viel stärker bei Wellenlängen im blauen Bereich von 400 bis 420 Nanometer. Und genau dies könnte auch den Vampiren widerfahren, wenn sie dem direkten Sonnenlicht ausgesetzt sind. Circa 5% des ankommenden Sonnenlichts besteht aus UV-Strahlung. Davon sind 95% UV-A und 5% UV-B-Strahlung, welche 1000 Mal schneller zu einem Sonnenbrand führen kann. Jetzt komme ich zu der zu Beginn erwähnten Zeichnung, die mir vor Augen schwebt. Dazu habe ich recherchiert, wo genau der Unterschied zwischen dem Mond und dem direkten Sonnenlicht besteht. Der Unterschied ist mindestens der, dass das Sonnenlicht, welches über Umwege genauer gesagt über den Mond, zur Erde gelangt, ungefähr 400.000 Mal schwächer ist. Hierbei handelt es sich um eine Beleuchtungsstärke von gerade mal 0,1 Lux. Eine Kerze hat hingegen aus einer Entfernung von einem Meter eine Beleuchtungsstärke von einem Lux. Des Weiteren ändert sich die Farbtemperatur von ca. 5000 Kelvin, Sonne, mehr weißlich-blau, zu 4100 Kelvin, Mond, mehr rötlich. So haben wir auch einen deutlich geringeren UV-Anteil im Licht. Also halten wir an dieser Stelle fest, dass es offensichtlich an der geringeren Energie bzw. dem geringeren UV-Anteil im Licht liegt, dass Vampire nur das direkte Sonnenlicht meiden müssen und es höchstwahrscheinlich erblich bedingt ist. Aber nicht nur beim Mondlicht können sie sich zeigen, sondern auch mühelos bei Kerzen- bzw. Glühlampenlicht, wie auch unter modernen Leuchtstoff- oder LED-Beleuchtungen, sofern jene auch einen kleinen oder keinen UV-Anteil besitzen. Das ist leuchtmittelabhängig. Treibholz 5 Vorbericht Es gibt einiges, was man über die jenseitigen oder die sogenannten Geister sagt oder hört. Am häufigsten spricht man in Verbindung mit der Anwesenheit von Energien, Geistern, von Kälte bzw. Cold Spots oder messbaren Spannungen, EMF. Diesbezüglich habe ich mir Gedanken gemacht und versucht, mit den mir bekannten physikalischen Regeln eine Erklärung dafür zu finden, was aber nicht die Existenz von Geistern leugnen oder den Phänomenen einen rein irdischen Ursprung zuweisen soll. Ich versuche, einen Weg zu finden, diese Anomalien zu ergründen. Wir müssen schließlich versuchen, die Geisterwelt zu verstehen, um so die Möglichkeiten verbessern zu können, mit ihr in Verbindung zu treten. Hier möchte ich auch wieder die Annahme als gegeben nehmen, dass die Geisterwelt etwas mit dem langwelligen, infraroten Wellenbereich zu tun hat. Neben den in den vorigen Postulaten genannten Geräten wird auch häufig eine Wärmebildkamera, Thermographie, eingesetzt, um besonders auffällige, kalte Stellen in der Umgebung zu finden und um so auf die Anwesenheit eines Geistes schließen zu können. Im Grunde misst so eine Wärmebildkamera die von einem Körper bzw. Objekt abgegebene Wärmestrahlung, Infrarotstrahlung. Hier kommen zum Beispiel bestimmte temperaturabhängige Metallplättchen zum Einsatz, die einen zur temperaturproportionalen Widerstandswert aufweisen und welcher gemessen wird. So würde sich allerdings ein Bild in Graustufen ergeben. Da aber unser Auge viel besser für das Farbsehen ausgelegt ist, werden die Bilder eingefärbt. Der Einsatz dieser Technik ist definitiv ein weiteres Argument dafür, im infraroten Bereich zu forschen. Beim infraroten Licht unterscheidet man zwischen dem nahen, dem mittleren und dem fernen Teilbereich, wobei zusätzlich noch der nahe in IRA und IRB aufgeteilt wird. Vom Spektrum her liegen wir zwischen 0,78 Mikrometer unter Grenze des Nahen bis 1.000 Mikrometer obere Grenze des Fernen. In dieser Annahme gehe ich davon aus, dass Geister infrarote Strahlung verwenden, um sich manifestieren zu können. Sie wandeln die Wärmestrahlung so um, dass sie sich uns visuell zeigen können oder sich über Geräte wie ein Temperaturmessgerät beziehungsweise eine Wärmebildkamera oder ein Messgerät für elektromagnetische Felder aufspüren lassen. Dieses Postulat stellt also auf den ersten Blick einen Konflikt mit Treibholz 3 dar. Jedoch gibt es aktuell keine Beweise, welche die Annahmen bestätigen, wie auch widerlegen könnten. Somit würden die ca. 95% an Wärmestrahlung, die eine handelsübliche Glühlampe emittiert, entweder gemäß Treibholz 3 eine negative Auswirkung haben oder, wie ich jetzt in Treibholz 5 überprüfen möchte, eine positive. Als grundlegende Idee kann ich mir vorstellen, dass ein Geist in unserer Welt aus einer Art Blase besteht, die auf infrarote Wellen mit Kälte und einem elektrischen Feld reagiert. Die äußere Schicht wird zu einem elektrischen Feld umgewandelt und der innere Bereich kühlt sich dabei ab. Die Idee mit der Umwandlung zweier Bereiche, Blase und Infrarotstrahlung, kam mir eines Nachts, da ich mich zuvor über den sogenannten PN-Übergang einer Diode informiert hatte. Wie es zu der angenommenen Umformung kommen könnte, werde ich im Anschluss erklären. Getreu dem Doppeldenk müssen wir die kleinen Regeln einhalten, um die großen zu brechen. George Orwell Treibholz 5 Meiner Meinung nach sollte man von der pauschalen Annahme wegkommen, dass ein Geist grundsätzlich aus elektromagnetischen Feldern besteht bzw. die Grundsubstanz ein elektromagnetisches Feld ist. Bezogen auf meinen ersten Gedanken und einen PN-Übergang würde ich darauf schließen, dass es ein Wesen aus einer uns eher unbekannten Grundsubstanz ist. Das wirkt vielleicht auf den ersten Blick ausgedacht oder wissenschaftlich nicht plausibel, da wir hier aber keinerlei Gewissheit haben, sollte man sich dahingehend öffnen und versuchen, neue Annahmen möglich zu machen. Trifft also jener unbekannte Stoff auf infrarotes Licht, bildet sich am Übergang eine Mittelzone, welche ich als Blase oder eine Art Haut bezeichnen würde. Bei einer Diode, also einem elektronischen Bauelement auf Halbleiterbasis, trifft ein positiv angereicherter Siliziumbereich auf einen negativ angereicherten. Am Übergang kommt es durch einen Ausgleich zu einer Sperrschicht oder auch Raumladungszone, da es hier einen Ladungsausgleich gibt. Die beiden unterschiedlichen Bereiche reagieren miteinander. Man sagt auch, sie rekombinieren. Bezogen auf meine Annahme kann diese Blase sogar wie ein selbstleuchtendes Notausgangsschild eine gewisse Zeit aufrechterhalten werden, auch ohne die Zufuhr von infrarotem Licht. Bei der Aufladung verhält es sich ähnlich und bedarf gemäß einer Zeitkonstante eine gewisse Zeit. Aus diesem Grund haben auch nicht alle Geister dasselbe Energieniveau. Ebenfalls kann sich, je nachdem wie lang eine Energie bereits existiert, die Zeitkonstante verändern, Treibholz II, langer Weg ins Jenseits. Die sich so gebildete Haut wird übrigens benötigt, damit sich ein Geist manifestieren kann. Eine ideale Voraussetzung dafür wären beispielsweise Staubpartikel oder Luftfeuchtigkeit, welche durch das elektrische Feld an der Haut haftet. Bei dem uns bekannten Nebel ist es so, dass feuchte Luft, die sich abkühlt, nicht mehr so viel Feuchtigkeit aufnehmen kann. Dadurch kommt es zu einer Kondensation und die so entstandenen Wassertröpfchen nehmen wir als Nebel wahr. Eine ähnliche Reaktion könnte ich mir auch hier vorstellen, also dass es durch das Abkühlen des Blaseninneren zu einer Tröpfchenbildung an der Oberfläche kommt. So könnte man auch die aus der instrumentellen Transkommunikation bekannte Rauchmethode erklären. Staubpartikel hingegen könnten zu den bekannten Orb-Phänomenen führen oder die allgemeine Lichtdurchlässigkeit beeinflussen. Des Weiteren wäre auch eine bedingte Wellenveränderung, die durch die besetzte Blasenhaut bzw. durch den Stoff innerhalb der Blase kommt, möglich. Das Medium-Geist hat einen anderen Brechungsindex als die Luft der Umgebung, was so viel bedeutet, dass sich die Lichtwellen sollten sie durch den Geist dringend anders verhalten bzw. sich anders ausbreiten. Je nach Lichtwelle und Einfallswinkel kann es auch durch eine sogenannte Totalreflexion dazu kommen, dass weniger Licht hindurch gelangt. Da bislang nichts über die Struktur von jenseitigen Energien nachweislich bekannt ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass es sich nicht um einen homogenen Stoff handelt, es also im Inneren sogenannte Korngrenzen gibt, was man in der Physik auch als Gitterfehler von Kristallstrukturen kennt. Es gibt keine komplett einheitliche Struktur, sondern unterschiedliche Bereiche mit unterschiedlichen Ausrichtungen, wodurch es zusätzlich und unter bestimmten Einflüssen von beispielsweise Licht zu Wellenveränderungen kommt. Solche Gitterfehler könnten auch dafür sorgen, dass eine Energie eine bestimmte Gestalt annimmt. Im Inneren der Blase bricht das Licht nicht eindeutig, wodurch es zu Interferenzen kommt und als Resultat zu einer bedingten Schattenbildung hinter der Blase. In der Physik gibt es das sogenannte Doppelspaltexperiment, bei der es durch die besagten Wellenüberlagerungen unter anderem auch zu Schattenbildungen kommt. Jetzt möchte ich versuchen zu erklären, wie es zu dem Phänomen der Temperaturabsenkung wie auch zu dem messbaren elektrischen Feld kommen könnte. Zum einen gibt es womöglich einen Effekt, der dem Compton-Effekt ähnelt und im zweiten Schritt einen weiteren, der dem Seebeck-Effekt gleicht. Selbstverständlich sind es nicht exakt diese aus der Physik bekannten Effekte, dennoch von der Grundidee eine mögliche und anschauliche Option. Durch die Wechselwirkung mit dem Medium Geist entsteht, wie bereits erläutert, eine Blase, die den inneren Bereich vom Äußeren abgrenzt. Die Photonen, welche nach oder mit der Blasenbildung weiter einfallen, reagieren aktiv mit der entstandenen Haut beziehungsweise den Teilchen. Dadurch kommt es zu einer gewissen Art von Kühlung, welche man aus der Laserkühlung kennt. Besitzt das einfallende infrarote Licht beziehungsweise das Lichtphoton die richtige Frequenz, welche wegen des Doppler-Effekts etwas geringer sein muss, kommt es so zu einer Resonanz, was bedeutet, dass die Bewegungsenergie der Teilchen im Stoff teilweise absorbiert werden kann. Die entzogene Bewegungsenergie wird in Form eines Lichtteilchens mit etwas höherer Frequenz abgestrahlt. Eine geringere Bewegungsenergie bedeutet somit Abkühlung, da Wärme nichts anderes ist als die mittlere Bewegungsenergie der Moleküle. Ob sich allerdings das Innere der Blase abkühlt oder nur die Oberfläche, kann an dieser Stelle nicht sicher gesagt werden. Der aber daraus resultierende Temperaturunterschied sorgt dafür, dass sich Elektronen unterschiedlich schnell bewegen, da die thermische Energie auf die Bewegungsenergie der Elektronen wie auch die Schwingungsenergie der Atomrümpfe Einfluss nimmt. Im wärmeren Bereich bewegen sich folglich die Elektronen schneller. Diese schnelleren Elektronen verteilen sich stärker, was dazu führt, dass es zu einem Ungleichgewicht und dadurch zu einer elektrischen Spannung zwischen den beiden Seiten kommt. Das würde erklären, warum sich so Entitäten möglicherweise detektieren lassen. Die inhomogene innere Masse könnte nun dazu führen, dass es gitterfehlerbedingt zu unterschiedlichen Bereichen von Spannungen oder elektrischen Feldern kommt, die sich gegenseitig abstoßen bzw. anziehen und es so am Ende zu rotierenden oder zitternden Bewegungen kommt. Das Resultat wäre also ein magnetisches Feld bzw. ein Wechselfeld mit einer bestimmten Frequenz. Vielleicht ist die Frequenz wie ein persönlicher Fingerabdruck zu deuten und kann einem oder eher einer bestimmten Gruppe von Energien zugeordnet werden. In einem Bericht aus der Transkommunikationsforschung habe ich gelesen, dass man der Meinung ist, dass es nicht möglich wäre, auf jeder Frequenz jeden Geist anzutreffen. Somit könnte meine Annahme in gewisser Weise plausibel sein. Und das waren sie, meine Gedanken bzw. die fünf angekündigten Postulate. Abschließend möchte ich noch an dieser Stelle der ein oder anderen Person danken. Als allererstes Jule. Dafür, dass sie unbedingt mit mir das Thema Nahtoderfahrung für einen Podcast ausarbeiten wollte und ich ohne sie mit Sicherheit niemals angefangen hätte, diese Postulatsammlung zu schreiben, beziehungsweise hätte ich mir ohne sie niemals diese tiefgründigen Gedanken zu diesen Themen gemacht. Vielen lieben Dank. Des Weiteren danke ich auch Nora, da ich wegen ihr das Vampirthema näher betrachten konnte. Und abschließend danke ich, neben meinen sehr toleranten und von mir sehr geschätzten Eltern, Thomas Speck, der mein Skript wieder einmal sehr schön eingelesen hat. Ich würde mich natürlich sehr über eine Reaktion von euch zu den Postulaten freuen. Sagt mir, wie es euch gefallen hat, was fandet ihr gut, was fandet ihr schlecht, was konnte man nachvollziehen und was nicht. Bis dahin, macht es gut, euer Tim Heuotimsen bis dahin, bis dahin. Bis dahin. Bis dahin, Vielen Dank.